Willkommen zu einer weiteren, wunderschönen Ausgabe vom Tabletop-Simulator mit Uno und ich starte das Spiel einfach mal, die anderen wissen nicht wie ich das gemacht hab, das ist mir egal. Boah, du bist ein Magier, Alter bist du. Nee, die meine Kappen? Nee, ne? Nein. Ah, da steht man sogar im Current-Player. Ja, das ist richtig gescriptet, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Aber es ist endlich geschafft, wow. Hast du das alles selber gemacht, Barry? Ja. Du bist ja ein Tier, Alter. Oh, damn. Cool, sogar mit hier in welche Richtung es geht, nicht schlecht. Alter, das ist ja verrückt. Eine Null. Hm, ich glaub ich kann da nichts legen oder vielleicht doch. Oh shit, Rikos. Kann er euch nicht mehr bemogeln? Nein, du kannst es nicht mehr bemogeln. Nein, kannst du nicht. Ihr habt schon beobachtet, wie das jetzt hier gerade ist. So. Funktioniert wirklich das Spiel schön. Ja, und ich, ja. Ihr versucht mir sicher nicht Karten zuzuschieben, aber so wird das nix, Jungs. Es geht wirklich nicht, ich hab's grad auch mal versucht, die wollte Zellers grad auch ne Karte geben. Ah scheiße. Irgende Zellers ne Karte geben, ich wollte den Zellers den Münchern geben aber. Das geht nicht. Ey. Wie zieh ich eine Karte? Ach, draw a card drücken, ne? Ah ok, verrückt. Und ich darf immer noch, ah ok, cool. Musik wäre halt immer noch schön bei dem Spiel, aber. Ja gut, ich hab ne Playlist. Ich kann ja singen. Äh. Ja, ich mach in due turn, ne? Ah ok, das ist ja echt, das ist ja verrückt. Das ist ja echt geskriptet, was ist da los? Ja, das ist sensationell. Hey, was geht denn da ab? So, äh. Scheiße, ich hab immer noch keine Karte. Ähm. Kann mal jemand auf Musik drücken, da oben? Und mal starten? Warte. Der den Raum aufgemacht hat? Achso. Wo ist die Musik? Willst du mich verarschen oder wo ist die Musik? Oben der dritte Button. Da steht Musik. Ah, da steht ja wirklich Musik. Und auch ein Titel. Mach mal. Dann machst du dein... Geht nicht. Okay. Warte. Ich kann aber hier... Ah, du musst hier was importieren. Ach Gott. Ja, du musst hier was importieren. Warte, ich bin schon dabei. Warte, 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 warte. Kommt das denn für alle? Mach mal hier Poodle Fire and Flames oder sowas. Äh. Hab ich das? Ne, ich glaub ich... Ich konnte natürlich lieber aufs Spielen, Zellos. Nein, ich hab das jetzt hier. Ich hab das hier. Ich krieg das. Ich warte grün. Ich warte grün. Okay, ich muss das erste Mal in meinem Leben Lob für Themenwub aussprechen. Ich finde, das ist super gemacht hier, das Uno. Okay. Ah. Zellos, legen Sie eine grüne Karte. Nein, ich möchte meine Karte nicht legen. Zellos, legen Sie eine grüne Karte. Ah, verdammt. Zellos, legen Sie zwei grüne Karten. Zellos, legen Sie zwei grüne Karten. Ja, dann darfst du jetzt erstmal aussetzen für die Frechheit. Finde ich super, Zellos. Danke. Oh, scheiße. Na gut, dann... Ja, dann nehm ich Karten, ne? Ja. Ich ziehe zwei Karten, Topf der Gier. Ey, ich bin auch dran. Ey, was ist das für ein Dreck? Nein, wir machen... Es steht doch immer da, wer dran ist. Du musst nicht Karte ziehen, sondern auf Draw Card drücken. Ne, Barry? Ja, hab ich gemacht. Ja, du bist aber schon dran, Dreckus. Da bist du noch mal dran. Aber er war noch mal dran, nachdem er gezogen hat. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin über das Spiel gesagt habe. Dann aktiviere ich Topf der Gier gegen Barry. Ich mach Spiegel-Cape. Jetzt gar nicht. Mach des Spiegels. Mach des Spiegels. Mach des Spiegels. Spiegelkraft hieß sie, glaube ich, ne? Spiegelkraft, genau. Ja, Mann. Es gab doch auch so eine Karte, die allen Schaden in der Runde verringert. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ach Gott. Also ich... Mein Liebling war ja damals Magischer Zalinder. Einfach schön. Da kommt er mit seinem fetten Ultratrach und ich mir... Ja, Mann. Ich fand Yataka Rasu immer am coolsten. Die hatte ich auch. Oh, ich darf wieder. Schön. Ich kann nicht. Blöder Penner. Aha. Ey, Barry, jetzt mal ohne Scheiß. Wir müssen uns mal kurz auf eine Regel einigen. Wieso? Drückst du auf Skip und legst dann nicht danach eine Karte? Doch, ich hab das so in den Regeln eingestellt, dass man danach noch eine legen darf. Ja, was macht denn das für einen Sinn? Das macht man so bei UNO. Nein. Flöger Quatsch. Wenn du nicht kannst, dann musst du ziehen und dann ist der Nächste dran. Ne, dann kann man auch noch legen. Das hab ich bei den Regeln gerade so eingestellt. Aus welchem Busch kommst denn du bitte? Aus dem Rechten. Neben dem Linken. Zellos legen sie eine rote Karte. Warte, ich lege eine 4. Ach nö, warum? Na gut. Das ist eigentlich ganz cool gescriptet so, ne? Ja. Das wäre doch schön, wenn wir Musik hätten, lieber Barry. Ne, brauchen wir nicht. Doch, ich finde schon. Jetzt kann ich meine Rote beenden, weil ich nichts machen kann. Ja, ja, Cheater. Cheater. Du kannst es ja auch so machen. Okay, darfst du mal zwei ziehen hier. Ach, ich hasse euch alle. Wir lieben dich auch. Oh, geil, danke. Ich meine, nein. Wird das wieder so eine Runde, die 22 Minuten oder so geht? Bei Uno immer so, oder? Ja. Hey, ich will auch mal wieder. Ich will auch mal wieder. Ach, Menno. Ich will gelb. Fick dich mit gelb. Nein, gelb ist eine wunderschöne Farbe. Du hast doch keine Ahnung. Ich mag rot. Wicht, immer noch gelb. Alter. Winde das hier. Mit einer miesen Karte. Uno. Du hast nicht Uno gesagt übrigens. Eine Runde können wir meinetwegen noch schnell machen. Dann halt Uno, Uno. Oder wie war das? Das geht ja relativ schnell. Ah, ja. Der Rikuse ist dran. Ist ja wahnsinnig. Er kommt ja jetzt mit Blau an, alle. Bist du verrückt? Ja, Blau. Ich bin gerne Blau. Ich spiel gerne Blau. Weißt du was ich mein? Ja, ich bin auch gerne Blau. Ich mag jetzt rot haben. Okay. Heidenschaftlich und so. Gut. Ja, finde ich gut. Ah, fuck. Ich will doch keine 5. Oh, ich will eine 5. Dann nehme ich eine 8. Okay, nehme ich eine 9. Was sagst du dazu? Bist du wirklich wissen, was ich dazu sage? Ja, dann mach doch. Ja, okay. Das geht zum Glück nicht. Doch, das geht, oder? Warte mal, das geht. Ich habe gerade die Farbe noch ausgewählt. Deswegen konntest du noch nicht. Ja! Blue! Ich hasse euch so sehr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hasse euch. Der hat jetzt erst mal ein bisschen... Okay, ich mache, lege heute was. Nein! Nein, der Rikos, du bist erst noch nicht dran. Jetzt bist du dran. Hey, ich habe gewonnen. Okay, ich würde sagen, das waren 2 coolste, knackige Runden. Nein! Ich will noch einmal. Nö. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Tabletop Simulator. Bis denn, macht's gut. Tschüss! Tschüss!